Hallöchen! Hier sind wieder die Unboxing-Ottos von Lulu und Leon Family in Faden. Bin ich denn alleine? Nein! Lulu ist auch dabei. Wir haben mal wieder, das ist ja unser letztes Teil, was wir in Berlin im Playmobil Fun Story gekauft haben. Das sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir legen jetzt los. Viel Spaß! So, da ist das gute Stück. Fangen wir mal an. Das ist definitiv vom Auto. Das sind die Reifen und vom Hänger. Dach vom Hänger, Dach vom Auto. Fährt die Reiterin natürlich noch das Auto und die Anleitung. Dann nicht die Steine und die Brut. Keine Reifen aus. Das ist ja Rump. Das ist der Rump. Das sind die Träger aus. Da ist das eine große Dachse, wie man es nicht braucht. Ich bin eine gute Idee. Ich gebe es jetzt mal zu. Ich sage, wenn ich in die Träger hineinゅleiro einen Dalanns. Da ist ein sehr guter Waffe zu verlen. So, dass der Anhänger auch anständig dahin passt. Jetzt stellen wir ihn schon mal hier hin. Und den Hänger. Das ist ja ein Jeep, so wie man das rein kann. So, das waren die Reifen. Dann kommt jetzt die Kurbel für den Hänger. So, gewusst weh. Ich kenne mich ja mit Pferden nicht so ein. Mützchen auf, Gärte in der Hand. Ich glaube, das heißt Gärte. Dann haben wir's. So, da ist das gute Stück. Der Jeep mit dem Pferdeanhänger. Der Reiterin mit dem Pferd. Und hier noch der Helm. Schön, schön. Da freut sich die Lulu. Hallo. Hallo. So, jetzt sind wir fertig. Ja. Jetzt haben wir den Jeep und den Anhänger und das Pferd, die kleine Reiterin aufgebaut. Jetzt kannst du damit... Kann ich den Helm tauschen. Den Helm? Was ist der Helm? Ist der nicht schön, der Helm? Da ist kein Pferd dran. Ach so, ist da ein Pferd drauf auf dem anderen Helm? Kann ich das sein? Zeig mal. Ach so, das ist ja... Das ist ja weiterhin. Kann sie gleich... Kann sie gleich loslegen, ne? Ja. Sehr schönes Playmobil-Set. Ja. Dass Lulu Pferde liebt, wisst ihr ja. Dann kann sie jetzt oben... Ihr wisst ja das Pferde-Video. Da kannst du oben jetzt mit deinen anderen Pferden und dem 500. Pferder, was du jetzt dazu bekommen hast, noch eine Runde Reiten geben. Wenn euch das Video gefallen hat... Gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei... Warte, das Lenker muss hoch, sonst kann ich nicht sitzen. Sonst bricht sie sich die Beine. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht. Dann kann man uns abonnieren. Hier unten auf den Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss.